Ich habe euch vermisst, meine Freunde, ich habe euch so sehr vermisst, kommt alle bitte her, kommt hier, kommt hier. Ich habe euch alle so sehr vermisst, ich habe euch über sechs Tage nicht gesehen. Sechs Tage habe ich euch nicht gesehen. Ja, ich freue mich wieder, wieder da zu sein. Ich freue mich wieder, YouTube-Videos zu machen. Ich war wirklich sehr beschäftigt, ich mache immer noch mein Album fertig, schreibe Songs, habe noch einige Kontakte organisiert. Ich bin ehrlich, wirklich fertig. Ich war unterwegs die ganzen Tage, also bah. Wir schauen uns Loki Mean an. Ich habe keine Ahnung, wie der Songtitel ist, aber wir schauen uns Loki Mean an. Lass uns loslegen. Wow, wow, wow. Okay, Qualität ist super. Was ich immer so das Gefühl habe, ist das, was Loki Mean macht, kein Rap ist. Und ich liebe eigentlich Rap, aber es gibt sehr gute Songs auch von Loki. Loki ist echt ein genialer Künstler. Falls wieder mal irgendwann mal so Fragen aufkommen, Etero, hast du wieder mal den Text? Ja, ich habe den Text. Ja, ich habe mich auf diesen Song vorbereitet. Und ja, ich habe sehr viele Informationen gesammelt. Wie gesagt, ich versuche sehr viele Kontakte herzustellen zu russischen Künstlern. Ich versuche mit den russischen Künstlern zu reden, zu kommunizieren. Und vielleicht erreiche ich irgendwann mal, dass ich einen Song mache mit sehr, sehr vielen russischen Künstlern. Lass dich überraschen. Auch so wie die Kamera so arbeitet, ist auch geil. Hä, ist das überall Geld? Das ist doch Geld. Money, money, money. Das ist money. Das Video ist echt heftig mit diesem Feuer. Boah, ich habe mal sowas mal selber mal gemacht. Also, was heißt gemacht? Ich habe mal so ausprobiert, wie das ist. Und das ist echt kein Spaß. Das ist sehr gefährlich. Wow. Wow. Sind das nicht diese Proteste in Russland? So soll das so ein bisschen das Ganze hier darstellen? Das einzige, was mir nicht gefällt, ist diese Aufnahme. Das ist so irgendwie komisch, als würde das ein Echo haben oder irgendwie, ich weiß es nicht, irgendein Effekt sein. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Videoqualität ist, boah, Videoqualität ist super. Ja. Jesus Christ. Das ist loki. Das ist loki. Also, Video ist bei loki min auch gut. Wirklich, sehr sogar. Ja, loki min ist ein toller Künstler. Das muss man sagen. Ich muss sagen, vom Klang her hat mir das überhaupt nicht gefallen. Video, top. Für mich ist das so kein Rap. Aber trotzdem ist das eine Musik, wo ich sagen kann, yo, ich kann das hören. Und ja, loki min ist top. Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Euer Christian.